So, meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit mir, dem Shardox. Okay, dann machen wir mal weiter. Machen wir mal hier, öffnen wir uns hier Abenteurerführer und klicken hier bei Draenor einfach mal auf Quest beginnen. So, wir haben eine neue Quest, hier das dunkle Portal und da sollten wir einfach mal hingehen. Was ist jetzt hier eigentlich? Aha, das ist noch Befehlwasch, jetzt ist er dann da in Bedrohung. Ja, nein, nein, das ist nichts für mich. Ne, 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 dankeschön. So, ähm, jetzt aber noch eine andere Sache. Bei App-Stücke können wir uns auch noch was jetzt Tolles holen, meine ich zumindest. Und zwar Höllschreis-Enthaupter. So, den holen wir uns mal. Ist auf alle Fälle besser als unsere komische Axt hier. Wie man sehen kann, das Ding, das rockt volle Kanne und man kann da sogar Sockel reinkacken. Ich überlege gerade, ob ich mir da Sockel reinpacken soll oder nicht. Könnte man machen, ist halt so eine kleine Erhöhung. Ich gucke mal, wie teuer war, mal so ein schöner Sockel gerade ist. Äh, nur habe ich schon saulange nicht mehr nach Sockel gefiltert und ich weiß gerade gar nicht, welcher... Welchen ich jetzt wirklich brauche. Ich denke, es wird ein roter sein, hä? Ubelit. So, gucken wir mal eben. Plus 10 Stärke, das ist dieser... Das sieht doch gut aus. Sowas hier, perfekter, klobiger. Ist noch mehr davon? Hm. Okay. Machen wir mal kurz weiter, was hier da ist. Oh, unter roten Sockeln sehe ich jetzt gerade nicht sehr viel. Das liegt daran, dass das halt auch gar nicht mehr so gebraucht wird, ne? Der Sockel. Ist halt kaum noch irgendein Sockel ist dort irgendwo drin. Dann, das ist mal wieder nachvollziehbar. So. Also kann ich mir jetzt nur einen Sockel holen. 7 Gold. Und ansonsten ist nichts für mich da. Ist das euer Seriously Ernst? Oh, okay. Vielleicht kann ich dann aber auch... Ist ja irgendwie so was anderes noch. Blauer Sockel kann ich mir nicht vorstellen, ne? Dass es irgendwas Tolles hier bringt. PvP macht. Aha. Was gibt es sonst noch so Tolles hier drunter? Willenskraft, Willenskraft, Ausdauer, Ausdauer. Orange könnte eventuell noch was da sein. So. Plus 5 Stärke war das jetzt hier, ne? Ich habe doch hier gerade noch Stärke gesehen. So ein kritischer Treffer ist jetzt nicht so. Das gelbe von Ei. Wobei, ich könnte ja noch weiter gucken, ob ich hier was finde. Wobei, mhm. Sieht nicht so aus. Tempo, kritischer Treffer. Tempo, Tempo. 5 Stärke und den kritischer Treffer. Ich glaube, den nehme ich jetzt eben. So. Habe ich ja richtig schön. Hier ist den Anfang gemacht, den Draenor. Erstmal in den Auktionshaus reingehen und da ein bisschen rumstöbern, um was hier für die Waffe zu finden. So. Müsste alles hier passen soweit. Kriegt trotzdem Sockelbonus. So. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Draenor. Ähm. Ja. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir fliegen hier in die Kluft rein. Und dann porten wir uns einfach mal zu den verwüsteten Landen. Ich glaube, das ist die beste Methode. So. Leute. Nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und wir sind in Tränen. So. Ich glaube, hier gibt es noch so eine Questline, sag ich mal, vor dem ganzen Zeug hier. Also. Oder, warte, Moment. Nö. Ist gerade keine Quest mehr. Also ich meine, genau vor dem Release des Addons konnte man hier, glaube ich, noch Quests machen. Ich glaube, die wurden gerade entfernt, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Oder, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das war. So. Auf jeden Fall gehen wir da mal zum dunklen Portal. Und wir sehen, ja, er ist ziemlich dunkel. Er ist jetzt mittlerweile rot und nicht mehr grün, wie damals. Denn jetzt geht das Ganze ja in eine Welt vor längerer Zeit. So. Ähm. Wo ist er denn jetzt? Ist gerade alles laden. Ist hier alles ein bisschen leggi bei mir. So. Für Azeroth. Seht, ihre Reihen lichten sich, wenn auch nur für kurze Zeit. Das könnte unsere Chance sein. Seid ihr bereit, euch dem zu stellen, was euch auf der anderen Seite des Portals erwartet? Für Azeroth. Ja. Das ist unsere Chance. Stürm das Portal. So, hier sind wir dann. In Draenor. Na okay, zumindest fast. Bei mir muss nur der Ladebildschirm fertig werden. Dann sind wir zumindest da. Aber nochmal, tut mir leid. Oder es tut mir zumindest leid dafür, dass das Ganze bei mir momentan nicht so schnell läuft. So. Hier werden wir dann entdeckt. Das Ungeportal. Sprechen wir jetzt mal. Gut, dass ihr auf uns zählt. So. Wir werden den Job natürlich gut meistern. So. Komm mal, lieber Freund. Ich brauche von dir, glaube ich, einfach nur dieses Schreiben da. Mehr brauche ich von dir, glaube ich nicht. Dankeschön. Achso, kann ich direkt abgeben. Und da fängt direkt die nächste Quest an. Wir sollten nördliche Teufelspitze deaktivieren und die südliche Spitze. Wow. Ist hier gerade richtig schön laggy bei mir. Bei mir ist der Tarnadendungel hier sowieso. Hier ziemlich laggy. Also. Brauche anscheinend eine schöne, hohe Leistung. So, ich bin abgemountet. Ach, ach. Beziehungsweise ich bin outfright. Gut, dann kann ich aufmounten. Alles klar. So, dann gehen wir hier rein und deaktivieren auch diesen Turm. Ach. Ach, nichts der Rede wert. So. Warte mal, ich kann doch hier hochgehen anstatt in der Mitte. Jo. Dann geht das ein bisschen schneller. Halt er sie auf! So. Ey. Abgeben, bitte. So, und weiter geht's. Ich glaube, jetzt mussten wir hier unten rein, oder? Ja, genau. Gul'dan. Befreit mich. Und das Portal fällt. Alles klar. So, dann zerstören wir das hier mal eben kurz. Und das Ding auch. Und dann, ja, wir machen auf jeden Fall diese drei Teile kaputt. Und dann ist alles gut, so. Ja. So, und auch das letzte hier. Gut, ist es soweit? Bist du bereit? Ey, was wollt ihr Mobs eigentlich hier? Ihr habt keinen Plan, mit wem ihr euch hier anlegt. So, äh. Aber noch was machen musste man, glaube ich, nicht, oder? Ach so, das Ding mussten wir auch noch anklatschen. Eilt euch Sterbliche. Ich spüre, die Lebenskraft eurer Armeen schwinden. Die Zeit für Reue kommt später. Wir sehen uns wieder. Okay. Dann gehen wir einfach mal wieder nach oben. Und, ähm. Geben die Quest ab. So. Und wir bekommen eine tolle Kriegsachs, die wir allerdings nicht gebrauchen können. Denn wir haben ja unsere geile Höllschreis-Enthaupte-Axt. Und zwar auf Heroisch. Und die wird uns hier schön helfen. Die gehen ja zu verkloppen. Mhm. Und ich will heute fast schon wieder hier runterrennen. Aber wir müssen ja jetzt hier in den Dschungel rein, selbst. Gucken wir mal hier. Wir müssen nicht hier die Leute umklatschen. Nee, oder? Die werden jetzt gerade aber umgeklatscht. Och, wunderbar. Wobei, ich glaube, der Typ bleibt draußen. Ich glaube, ich muss draußen warten. Oder? Oh, jetzt hat er mich aber getrollt. Ich muss doch reingehen. Ah. Wir können hier nicht lange bleiben. Die gesamte eiserne Horde holt uns bald ein. Alles klar. So. Ihr habt es wahrscheinlich kaum gesehen, sag ich mal. Aber ich habe hier gerade noch schön ein paar Quests angenommen. Und wir müssen hier Käfige öffnen. Dann auch hier diese komischen Dinger da verbrennen. Und die Orks sie sogar töten. Also befreien. Töten. Und verbrennen. Ist das nicht toll? Das muss man ja nie machen. Sachen verbrennen, Leute töten und Leute befreien. Es wiederholt sich immer wieder und wieder. Immer müssen wir Leute befreien und Sachen verbrennen. Ja, der Button ist schon viel hilfreicher, ja. Das ist schon schöner damit. So, hier auch nochmal. Boom. So, drei Orks getötet. Drei Häuser verbrannt. Bzw. Hütten. Alles supi. Er ist hier ein bisschen kräftiger gebaut. Aber naja. Kein Problem. Den machen wir auch noch kaputt. So. Da sind die restlichen Hütten. Oder? Warte mal. Wie viel müssen wir verbrennen? Ah, nee. Davon müssen wir hier acht Stück verbrennen. Fehlen also gleich noch welche. So, hier auch nochmal bitte. Danke. Ah, müssen noch mehr Leute befreien. Das ist noch die Sache hier. Oh, da können wir jemanden befreien. Gerne doch. Warum denn noch nicht? Ja, ich bin gleich da, mein Freund. Ich hol dich da raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Wobei, hä? Ich musste doch sowieso nur zwei Käfige öffnen. Was laufe ich da? Ganz erklabert. Und muss nur noch zwei Hütten verbrennen. Ich ja, laufe die ganze Zeit, du Kacka. Ja, warte mal. Warte, doch. Ich wollte schon gerade sagen, da war doch noch eine Hütte. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd mit der Backmärkung. So, dann geben wir mal die Quests ab. Und ich hoffe, wir werden natürlich wieder gut entlohnt. Ja, es reicht mir eigentlich, wenn ich Erfahrungspunkte einfach nur kriege. So, und wie man sehen kann, es ist eigentlich vorbei mit Ultra-Mega-Fast-Leveln. Und das dauert schon wieder ein bisschen länger, ja? So, ähm. Ah, ich wollte gerade sagen, wo bleiben sie? Sind noch gar nicht hier angekommen. Yo. Warte mal, das Ding ist... Ja, ist zwar nice, aber das Problem ist ja... Ich habe ja meinen Aki hier und das muss ich tragen, damit ich hier schön mehr XP kriege. So, mit wem muss ich jetzt quatschen? Sprechen mit Ariok. Ach so. Ariok. Hm. Wo müssen wir denn nochmal lang? Ich glaube hier unten. Mit etwas Glück können wir verschwinden. Hier sind wir, Feiglinge. Kommt und kämpft. Eigentlich kann man hier so gut wie alles skippen irgendwie. Braucht man aber nur nach oben rennen. Vielleicht müssen wir diese Blutkugel zerstören, damit sie uns ernst nehmen. Naja, labern mal kein Scheiß da. So. Erste Auge habe ich zerstört. Zweite ist hier unten. Beziehungsweise das oben ist eigentlich das dritte, glaube ich, so gesehen. Aber egal. Passt schon. Dann haben wir erst das gemacht, was am längsten dauert. So. Zwei von drei. Und machen wir hier einen Blendzauber rein und machen dann drei von drei. Seht mal an, was ich durch meinen Dschungel geschleppt habe. Frisch bleib. Aua, ich werde verprügelt in der Cinematic. Hilfe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Blut und Donne. Hell. Oh. Jetzt geht der ab und verprügelt die. Eui, eui, eui. Jetzt gibt es Schläge der hinten. Da, da, da. Eui, eui. Eui, 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 eui. Macht hier, weiß nicht, eins gegen, keine Ahnung, acht Mann oder so. Da geht der übelst ab da hinten. So, egal. Dann gehen wir mal zu Khadgar. So, ich fand das halt auch immer cool, wenn in neuen Charakteren immer... Also, wenn neue Charaktere präsentiert worden sind, immer diese kurze Sequenz da so. Die Vorstellung quasi. So wurden neue Charaktere präsentiert. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, komm einfach her. Dann ist es fertig. So. So. Eui, eui, eui. Quest beenden. Neu, hier ist der Quest fest an. So. Scharfseher Direktar befreit. 0 von 1. Es wird mir eine Freude sein. Wir lieben Direktar zu retten. So, das Item use ich gleich. Ganz ruhig. So. Wuii. So. Ich glaube, man kann die Quest auch wieder abgeben, erst wenn sie angekommen sind, ne? Ja, genau. So, das war doch ganz leicht, Direktar zu befreien. Einfach mal kurz das Ding da voll mit dem Feuerlöscher voll zubomben und dann ist es fertig. Sklavenbrecher-Burstschutz. Nice. So, unsere... Unser Küpp ist leider erst besser, wenn wir, glaube ich, 91 sind. Genauso wie damals von 9... Äh... Äh, was? Moment. Von 84 auf 85. Oder? Warte, was habe ich da? Ne, von 80 auf 81, ich wollte gerade sagen. Hä? Was labere ich da für eine Scheiße? Das Landtreiber weiß nicht, was Ehre bedeutet. Hm. Ihr habt meine Arena befehlt, Fremde. Ihr verlasst sie nur als Sieger oder als Leichen. Alles klar, 100 Leute kaputt machen. So, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe hier genug Hilfe, ich renne hier einfach rum. Weißt du, die haben sowieso nie Face-Argo auf mich. Das heißt, ich kann die einfach verprügeln, ohne dass die mich hier umklatschen. Am liebsten die einfach nur CDs ziehen und die einfach nur umbamsen. So. Weil Struide würde ich hier einfach Sternenregen machen und hier alles einmal wegklatschen. Aber nein, ich muss hier die ganze Zeit rumtänzeln und irgendwelche Spells hier drücken die ganze Zeit. So. Ja, guck mal. Wir haben jetzt schon 37, 38, 39. Wui, geht ja ganz schnell hier. Ich habe aber gerade das Gefühl, ich brauche hier eine Ewigkeit. Ich glaube, normal geht das irgendwie schneller irgendwie. Ich mache halt selten Sachen irgendwie als Melee. Ich spiele ja eigentlich nie Melee-Klassen. Genau. Und mit anderen Klassen, sage ich mal, hatte ich glaube ich aber auch schon mehr Gier. Das heißt, ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen andergeert. Normalerweise hatte ich immer überhaupt nichts. Also wenigstens irgendwas an Gier, dass ich hier die Gegner wenigstens ultra schnell plattgemacht habe. Quasi gewandertet. Aber jetzt gerade, naja, mit frischem Gier, mit frischem Krüppel-Pandaria-Gier muss ich jetzt hier halt anfangen zu questen. So, und die meisten Sachen kann ich, also viele Sachen kann ich jetzt auch nicht austauschen. Weil die mir mehr Prozent geben. Ne? Mehr XP. Und erst ab 91 macht sich das dann bemerkbar. Weil die da ein richtiges Sets haben. Also die, die zu Brenner, sag ich mal, passen. Sehr schön. Ich könnte euch Ratten stundenlang zusehen. Tut mir leid, aber dafür haben wir keine Zeit. Alle Mann, mir nach. Ich habe nur 99 gesät, Zauberer. Dann schulden wir euch wohl einen. Mir gerade so Ding. Schaut hinterher, lasst sie nicht entwischen. Schnell in die Höhle, bevor sie auftauen. Alles klar, bin schon da. Mach was. Cut, go. Sonst kommen die gleich noch rein. Perfekt. Das ist das, was ich meinte. Wir werden eine Iade. Nehmt Olin mit euch und spät die Höhle aus. Dieses Land ist nicht mit Azoroth vergleichbar. So. Jetzt müssen wir einfach nur hier kurz in den Schattenhallen ein paar Quests machen. Dann kommen wir hier raus und dann kommen wir schon bald zum eigentlichen Questen. Oder zum eigentlichen Questort. Das hier ist quasi gerade so das Intro in Draenor. Und gleich haben wir wieder ganz schön viel Freiheit. Jetzt müssen wir noch gerade kurz der Storyline hier nachgehen. Wobei, Moment, lass mich nachdenken. Nein, da kommt eigentlich noch was. Stimmt ja eigentlich. Ich hab schon was wieder vergessen. Naja, egal. Ich dachte, wir kommen jetzt gleich schon so wirklich ins neue Gebiet. Aber nee, noch nicht ganz. Wobei, wir sind, also so gesehen sind wir ja schon im neuen Gebiet. Aber, ich mein so, äh, naja, ich sag's einfach noch nicht, wo man gleich hinkommt. So. Könnt ihr auch noch ein bisschen selber was erleben, ne? Genau. So, wieso töte ich eigentlich die Mobs? Wieso mach ich nicht schon einfach die anderen Sachen? Weil die Mobs, die kill ich ja sowieso beiläufig, während ich die anderen Sachen mache. So. Ich glaub, ich muss hier nach oben gehen. Alter, wieso slown die mich so hart, die Mobs? Das ist voll scheiße. Lass mich in Ruhe. Oh, Alter. Es ist so, als ob ich hier Dings irgendwie auf mir hätte. Äh. Als ob ich hier, ähm, Aspekte des Geparden oder so anhätte. Dass ich hier einfach geslaut werde von den Mobs. Das ist mega ätzend. Verpisst euch mal. Mach mal keinen Scheiß hier. So. Meine Güte, ey. So. Tschüss. Den hier muss ich killen. Zuchtmeister. Guran. So, aufpassen. Hier geht's nach unten. Ich bin hier auch schon mal ein paar Mal runtergeflogen. Jedes Mal immer Brain AFK hier reingelaufen und runtergeklatscht. Haben die extra gemacht. Die haben das Loch da extra gemacht. Und gerade zu Release des Addons war das hier echt so eine Sache. Ah, okay. Jetzt von Release zum Addon kann man, kann man einfach nur sagen, boah, war das eine Katastrophe. Hier war alles am laggen. Hier hat gar nichts funktioniert, ey. Wenn man beim Release dabei war. Die erste Woche war so katastrophal. Da ging einfach gar nichts. Man musste, boah. Ähm. Monster waren nicht gespawnt. Quests waren verbuggt. Oder haben zu lange gedauert. Oder diese ganzen, diese ganzen Phasen, sag ich mal. Verschiebungen, die man die ganze Zeit immer hat. Boah. Übel war das zu Release kaum spielbar. Eigentlich wollten wir das ja mit Johnny LP zusammen togethern, sag ich mal, das Release. Aber das haben wir dann nach zwei Level abgebrochen, weil halt ständig irgendwas nicht funktioniert hat. Und man teilweise 20 Minuten auf eine Quest warten musste. Oder eher gesagt, die kennen wahrscheinlich ja schon die Garnision. Und bis man dann in die Garnision gekommen ist, mussten wir erstmal drei Stunden warten oder so. Weil die das mit der Szene irgendwie richtig komisch gemacht hatten und bla. Und naja, mittlerweile, mittlerweile gibt's fast keine Probleme mehr. Also natürlich, also es gibt noch kaum eigentlich Probleme. Aber ab und zu, mhm, ist das mit der Garnision noch ein bisschen komisch. Wenn, ja, wenn so die Instanzen-Server aus sind, dann kann man auch nicht in seine Garnision. Und dann ist das halt alles ziemlich nervig, ja, und komisch. Aber, nichts kann einfach den Release da toppen, ey, damals. Als der rausgekommen ist, boah, joi, joi, da hat, das war echt ne Qual, ey. Da hat man in seiner Garnision festgesteckt. Oder man ist nicht reingekommen, eins von den beiden. Ach ja, das war echt lustig. Naja, aber die Probleme sind ja mittlerweile eigentlich fast überhoben, sag ich mal. Blizzard hatte nicht so einen Ansturm zu World of Draenor erwartet. Und hatten die Server nicht auf maximaler Leistung eigentlich laufen. So ungefähr ist es das, was die damals, glaube ich, gesagt haben. Genau. Aber mittlerweile ist alles cool, wie gesagt. So, ähm, dann gehen wir mal hier runter und geben die Quests wieder ab. So, wo denn? Ach, scheiße, das ist oben. Wieso laufe ich hier runter? Nein, da muss ich noch die Wölfe machen. Leck mich, Wölfe. Lasst mich in Ruhe, ich hab keinen Bock auf euch. Ich mein's ernst. Verpisst euch. Weg von mir. Okay. Ah, wunderbar. Quest beenden, Quest beenden, Quest beenden. So, bevor wir die nächste Quest annehmen und weitermachen, Leute. Würde ich sagen, wir machen an diesem Punkt aber erstmal ein kleines Boys-Gillen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ach ja, und übrigens. Wer in die Gelder Insta downen will, einfach anschreiben, mich oder Johnny. So, entweder hier Johnny X oder, Moment. Guckt einfach diese Liste hier an, pausiert es einfach, schreibt einen von den Charakteren an und irgendjemand wird euch schon einladen. Okay, ciao.